Das ist Xbox E3 2015 Briefing. Briefing der Xbox nahe E3 2015. E-Boxe 3. Ah, die wollen ja jetzt Base Battles announcen. Ich bin mir 100 pro sicher. Ruhe, epische Katzin. Alter, sieht das geil aus. Fuck. Oh. Ich bin Spartan jetzt, Sir. Ich weiß, wer du bist. Aber jetzt hattest du einen anderen Spot. Der größte... Ah, bitte! Jeder andere Spartan, jeder Soldat, wenn sie über das hören hören. Fuck! Fuck, Alter. Du kennst das, oder? Haha. What the fuck? Du bist nicht der einzige, der hier wegen ihm. Alter! Ciao! Diepe Characters, Alter! Fuck! What the fuck? Jetzt geht Koop-Action los, Alter Fuck! Die Katzin, Alter! Oh! Spartan-Lock-Mission! Oh, guck mal, das ist... Wie heißt der nochmal hier aus, ähm... Zulm-Zulm-Dama, oder wie der heißt, ja. Zulm-Dama, ja. Ach, ich hab damit gerechnet, dass jetzt Blue-Team-Missionen kommt. Das sieht aber auch edel aus, meine Fresse. Alter Vater. Sieht das edel aus. Oh, das ist dieses ATS. Ja. Oh, wie geil das mit dem Befehl aussieht. Das ist so aus Republic Commando rausgenommen. Aber guck dir mal wieder die Sky-Box an, Alter, wie krass die wieder aussieht. Okay, der Chief erfolgt auf jeden Fall den Guardian. Das wollte ich sehen. Der große Krieg, Alter. Riesen fetter Krieg auf dem Eliten-Planeten. Alter. Wow. Alter, das... Das übertrifft vom Aussehen ja... Alles. So hard Halo 4. Sowas von hard. Also Halo 4 war scheiße. Richtig scheiße dagegen. Fettes scripted moments. Ja, wollte ich gerade sagen. Erinnert mich ein bisschen an Call of Duty Ghosts, aber egal. Es ist halt wieder wie das mit dem Ghost in Halo 4. So einfach krass gescripted, komplett. Ja, muss ja auch was gut aussehen in dem Spiel. Naja, genau. Schlimm ist es nicht. Hauptsache ist es nicht voll damit. Ach, spielen wir im Coop? Ja, ja, ich bin Coop. Ich dachte, das wären KIs. Das ist interessant. Boah, Shotgun! Was war denn das? Waren das Crawler? Meine Qualities, doch das sind Crawler. Wow. Oh, was ist er denn? Ach, das ist das... Alter, das ist dieses Prometion-Flugzeug. Schizzle. Ne Grissel. Prometion-Flugzeug. Hydra-Action. Oh, so ist es das Revival? Tanaka, help, bail. Okay, ja, cool. Boah, der Sound. Krass. Oh, sind das die... Ja, das sind die neuen. Das sind die Soldier. Die sind aber schnell. Ey, spielen eher auf Normal oder so. Die Story wird ja schwerer mit mehr Leuten durchspielst. Hab ich gehört. Also deswegen kann auch normal... Ja gut, nicht normal, aber heldenhaft kann das schon problematisch werden. Das ist eine neue Beam-Rifle. Ne, Quatsch. Was ist das? Ach, das ist so ein Äquivalent zum Brutgewehr. Concussion-Rifle. Hast du gehört, wie geil das klang? Human-Sighted! Oh, okay. Das ist voll so eine Unreal-Tournament-Waffe irgendwie. Oh, da war hier Ground-Round. Ah, ist das so pixelig, so eine Scheiße. Sind... Oh, 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 oh. Sieht interessant aus jetzt. Keeper of the Domain in her Secrets. Take him out! Was? Wer? Das heißt nicht. Wer, wer, wer? Wer hat da gesprochen? War das Mandicant Bias vielleicht? The Master Chief is called. But you, your passage is denied. Ich glaube, das ist... Das ist der Geist des Didactikers. What the fuck is Skoy? Alter, diese Cutscene. Oh, wie immer. Oh, ja, das ist auch so ein cooles Feature. Alter. Mentes. Oh, ja, Mentes ist zurück. Space Battle. Space Lava. Space Peripheral. Die ist zurück. Die ist zurück. Wow. Guardians. Viele Guardians. Alter. Das ist alles 100 pro immer noch der Didactiker. Nee, der ist ja gestorben. Nee, nee, nee. Ja. Ja, gut. Ja. Der ist irgendwie noch da. Im Comic ist er gestorben. Ich weiß. Aber trotzdem glaube ich, dass er noch da ist. Irgendwie. Ja.